Im Tiroler Ötztal hat Action-Spaß für Adrenalin-Junkies seit dem Jahre 2010 einen Namen. Area 47. Auf mehr als 8,5 Hektar werden hier rund 40 verschiedene Sportarten mit Nervenkitzel angeboten. Der Bogen spannt sich vom Hochsaalgarten über Riften, Klettern und Mountainbiken bis hin zu einem Enduro-Parcours. Hoch im Kurs steht der Wasserpark mit seinen spektakulären Rutschen und einer Kletterwand über dem Wasser. Zudem können sich Wagemutige als Blobber von einem Luftkissen aus oder als menschliche Kanonenkugeln in einen riesigen Wasserstrahl ins Kühle Nass katapultieren lassen. Auch eine 420 Meter lange Wakeport-Anlage mit verschiedenen Hindernissen fehlt nicht.